Hallo zusammen, mein Name ist Marcel Urich. Ich bin seit über 14 Jahren bei der Firma INEICHEN tätig. Ich möchte euch heute das Produkt Hofmann etwas näher bringen. Wir dürfen in der Zwischenzeit schon über 40 Jahre mit der Firma Hofmann zusammenarbeiten. Eines der Highlights ist sicher die kombinierte Abricht-Deckel-Maschine. Wieder hier beim Tisch, speziell mit dieser Tisch-Aussparung. Das heisst, ich muss wenig umstellen, ich kann runterführe abrichten. Und gleichzeitig, gerade im nächsten Raum, das Teil umdrehen die Deckel-Hoblen. Ja, hinten im Auslauf habe ich eine Tisch-Verlängerung, wo ich das bequem wieder nehmen kann. Das Produkt zeichnet sich aus durch die Robustheit. Solltet ihr jetzt gleich mal eine Serie haben zum Deckel-Hoblen, könnt ihr ganz einfach einen Tisch aufklappen. Und so haben wir gleich die Möglichkeit, nicht zu den Maschinen zu kommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.